das ist ja die Schachtel vorhanden ja ich habe noch für die Rüstung das ist bemerkenswert wir waren Ja, ich kann es kapieren. Ja, macht einen mit dem Tippi auf Facebook. Echt? Ja, den Tippi, kennst du ja, den Tippi. Der Tippi, der ist immer noch zu hart. Mit dem Tippi und dem Hund. Ah, jetzt. Der ist immer zu hart. Gab es nur einen? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ich nehme mal die da auf. Dann bist du von dir. Kann man was noch anlegen? Ja, das wird bei Tunkel, also kann ich eigentlich zuhause bleiben. Was? Du hast uns weggeschoben, du erstmal. Prozent und trinke ich noch einen drauf Prozent 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 mit hohen nicht so ein kleines fleisch das kleine fleisch weg kommt Hat Katrin das Video was ausgeschnitten? Nee Soll ich hab nicht ausgenommen? Kannst du mir das auch waschen reinbacken? Hab ich, wenn du Menschen Fleisch essen möchtest? Ja, dann lass ich mich nicht mehr. Ich würd's endlich bloß draufpacken wegen den Knochen. Weil ich hab noch einen Arm. Ich stopf dich voll. Ja. Ich kann auch mal probieren. Ich kann auch mal probieren. Tüße weg essen. Soll ich mich nicht mehr aufhören? Ich hab's nicht mehr aufhören. Ich hab's nicht mehr aufhören. Ich hab's nicht mehr aufhören. Ja! Töße weg. Hier? Und mit dir? Ja, kein Problem. Ich hab halt gestöhnt. Hier, hier, packst du deine Knochen da rein? Danke. Oben können wir noch nicht schlafen, also müssen wir noch hier unten schlafen, wenn es gehen würde. Oh, wir müssen leider wieder vergammeln. Wir können uns dann sprech von dir wieder machen. Ich und du und Schischopath. Also, ich brauch meine Klinik. Wo ich meine Klinik, wo ich in Schischo bin. Wir müssen reden. Ja. Sogar ohne Akt macht ich sogar. Klar. Alles klar. Ja, also, wie geht's dir denn so? Also, mir geht's gut. Warte, dann... Kann ich das ausrissen? Nein, das geht nicht. Die kaputte Waffe. Hier. spieler, Kriterium. Ich weiß nicht, was ich da mal von Klinik. Oh, ich hab's neben! Ja, du mit der Knochen... Ah, die Arbeit ruf. Ah, die Arbeit ruft. Verlassen die Lücü. Ich hab die Dachnummern. Ich hab die Dachnummern. Ich hab sie gesagt. Bei verdображiver Oktober wird es nie mehr nirgend protected. Mann ich brauche keine Knochen ja danke alter ich dachte der wäre tot komm schon du Neger verpiss dich ich bin ich bin ich enthaupt ich bin Kopf losnehmen, oder? In dem Fall. Kannst du ihn wenigstens nicht küssen. Ja? Das heißt ja nicht Manuel. Was? Das heißt doch nicht Manuel. Oh, Pierre ist geil geworden. Weil es dann ein anderes Spiel in Beine ergerät. Okay. Ja. Blum, Klo, Gott, da hinten ist jemand, der. Wenn sie zu dem haben. Und dann noch mal die Leiche. Dein, der ist jemand. Ja, jo. Hat eine Tafelnoppe oder sowas? Ne. Das war ein normaler Tiefen. Oder das war auch. Was war das? Ja. Na, wenn nur Knochen... Wenn ich Knochen krieg von ihm, dann kann er gerne kommen. Ja. Ja, ich hab's nicht weg, man nicht. Entschuldigung. Ja. 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 Ja, ja, ich hab's getrennt. Ich mach dich auch. Die Knochenbox ist bald voll. Ja, da kannst du dir eine Rüstung machen. Ja, ich hab halt schon volle Rüstung. Ne. Ja, ich hab halt schon volle Rüstung. Ne. Ja. Ja, da wurden nicht ganz... Warte, die Blümchen da drin. Ich hab ja... Was zum Einpflanzen, aber da ist noch nichts geworden draus. Ich glaub ich mach mir nochmal so eine Blümchenbox. Warte, ich hab vor dem Garten machen. Ach so. Okay. Dann tu ich nochmal Speichern. und wir können schlafen, also komm her. Komm ins Bett, Schatz. Komm ins Bett, Schatz. Ja, gut noch kein Leben. im Beton müssen schlafen wir müssen warten bis die einrichtung halt oben fertig ist und damit meint sie nicht mich ich weiß nicht, aber ich ist jetzt von da oben runter und hab das Feuer umsonst angemacht weißt du nicht ach ja, den Kopf noch irgendwie weg machen und dann wollte ich mir noch eine Cola reinziehen wir müssen weiter füllen für was ich dachte du wolltest mal in die Höhle wir müssen ja unsere Einrichtung mal bekommen ja da hast du auch recht und dann ah ich weiß wo ich jetzt ich gehe Hasen jagen wow und ich weiß auch wo nehm ich mit 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 warte 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 nehm ich mit 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 haben wir nicht nur noch gar nicht nur noch ich hab da noch mal eine Pfeile drin die kann ich gleich auch rausholen unser Leidepfeil ist immer noch so schön, das ist ganz genützend ja guck, ich mach das mal vertreten oh, die sehen so einrückchen wieder aus, das hat er vergessen ich glaube wie immer, ja genau, das sitzt wie immer weil die grad da sind der Topf füllen ein bisschen dreimal warum hast du das gehört? komm, ich warte nur auf dich warte nur auf dich was, 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 was warte, trete ich mal um, trete ich mal um du hast deine Tage ja, das ist ein Problem ich hab heute mal eine Tage bekommen ich hab heute mal eine Tage bekommen endlich kommt die nächste Woche äh, nächste Woche nächste Woche, nächste Woche nächste Woche sprich, wenn Schule wieder los geht genau dann können wir nicht mehr ne, hat sich das nicht vor ich werde das nie ändern ich werde das nie ändern wie gesagt, mit zwanzig hehehe die aus die 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 Wenn du... Wenn nicht, ja. Ach, vergesst. Du machst ihn da so nicht. Hat sich erledigt. Du machst ihn da so nicht. Scheiße daneben. Scheiße daneben. Lass da! Scheiße daneben. Scheiße daneben. Ja, geht doch. Nach 10.000 Versuchen. Das macht alles möglich. Hier müssen irgendwo ganz viele Pfeule sein. Ja. Hab alle wieder. Ich will mal hin. Komm mit. Fuck. Hey, das ist meine Hase. Diese Hase mochte auch nicht. Ja. Komm doch her, du Biet. Ja. Hier läuft irgendwie gar nichts mehr. Überhaupt nichts. Null. Oh Mann, jetzt hab ich sie weggeschreckt. Ja. Die Hasen. Ja. Wo hab ich denn? Der Pfeil hat sich durchgepockt. Typ. Ja. Toll. Aber warte, bleib, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Oh, find dich doch. Daneben ist recht daneben. Hey, cool, ich hab ich. Hey, cool, ich hab ich. Hm, was ist das? Also ich hab zwei. Ich hab eins. Du h الإst, bleib hast du Lochen? Also ist gerne, wenn du flimmst. Oder warte. Du meinst nicht. Der ist noch schnarrchen, die Hunde. Ah, lass mich wieder einmal wieder. Ich würde das nicht mehr nehmen. Tschüssi. Ha. Gibt es eigentlich Munition, wenn man eine neue Flair holt? Wie viele Teile es da hier auf einmal gibt? Gibt es aber neue Munitionen? Leider sieht man nicht, wie viele Munitionen man da hat. Guck mal, hallo, 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 hallo. Ja, und du bist eifersüchtig, wenn ich mit so Ureinwohnerfrauen rummache, aber du machst hier mit so einem toten Typ rum. Ich hab gesagt, dann besser können die Leben, ich hab nicht viel gesagt, dass ich dem Munition die Zeit abmüsste. Ja? Hallo. Danke. Danke. Danke schön, Kuchen. Es ist nach der Haft? Kann ich dir machen, sie solltest du gerne mit so sagen. Kappa weißt? So. Wir haben Kuchen bekommen, ja. Ja. Für meine Mutti, ja. Typ ist Italienisch. Halb. Deswegen gehen wir jetzt schön nach Hause und essen jetzt den Kuchen. Wo war meine Mutti? Hier irgendwo. Meine Mutter war der Hase. Und hier da ist die Äste. Jetzt kommst du gleich. Nein, jetzt schon fast. Ah. Ja. Bei dir, was man trieb. Da mach ich das manchmal dran gewohnt hier. Die sind ausgekaufen. Ja, da können wir unten speichern und es unten essen. So ist hier oben. Okay. Eigentlich mach ich das. Hier ist was kaputt. Äh, die... Ich hab's repariert. Ich hab's mir erstmal was ich nicht gefunden bekommen habe. Was mir gerade einfällt, wir hätten da unten auch den Topf nehmen können. Für die Harzteile, da für das braune Zeug. Hab ich schon genommen. Echt? Ja. Gut mitgedacht. Oh, der Hase packt sich fest. Nein, der ist durchgeglitscht. Nein, der ist durchgeglitscht. Kuchen ist fertig. Wir haben doch Kuchen, ja. Oh mein Gott. Nichts, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab mich ja trotzdem dafür. Könnte nicht warten. Die haben einen K-K-K-Karnebale dabei. Ein Gollom. Ein Gollom. Die haben einen Gollom dabei. Hase mal könnt ihr nicht warten, bis wir fertig sind mit der ersten Mann. Mit rechts, jetzt klatsch ich sie weg. Hier kein Gollom. Komm, Herr Gollom, Mann. Wir haben doch den 아�rai. Was? Was? Das ist aufgucke mit dem. Drei Stück, ja. Hör auf! Gollom. Eine Ablehnung mal wieder. Na ja, guck mal, das freut einer. das ist der letzte hey golem warte warte doch GORUM GORUM mich will gorm ich will aber die sind jetzt alle schon weg ich nehme den Spaß mit voll rassistisch wenn es keine jungfräulichen und dabei sind das noch mal einer hier ist noch mal einer ach so ein lebender sind gleich mehrere ich nehme die Die Indianer-Klopfe. Der hat gleich Verstärkung geholt. Deswegen kommen jetzt so zwei neue... Lass mich essen, Junge. Ich will Kuchen essen. Oh, dann lebt noch. Ich schlage ihn ins eine Eier. Auch wenn er keine hat. Doch, diese Bummel sind da. Die sind hier unten. Nimm mal den. Ja. Aha, Manuel. Was? Ja. Ich dachte, du machst dich nicht. Tut ich auch für gewöhnlich nicht. So, und willst du damit? Sind da noch welche irgendwo? Äh, an Toten müsste noch einer rumliegen. Ähm, aber ich habe jetzt keinen Bock für Kuchen essen. Ja, Arschpause. Ich habe wieder Federn. Ja, cool. Aber es hat nur eine, oder? Nimm zwei. So. So. Jetzt habe ich mein Häuptlingsknochen. Mein Häuptling... Äh, wie nenne ich die Waffe? Häuptling... Häuptlingklopfer. So ungefähr. Wenn mir ein besserer Name einfällt, dann sage ich's. Ein Klopfer. Irgendwas mit Häuptling. Das ist der Häuptling. Der große Häuptling ist das. Ja, ist das. Ein Klopfer. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Nein, nein, nein. Nein, nein. Die haben sich alle nicht. Also, ich bin mal nicht da. Ich bin nicht so geworden. Dabei haben wir jetzt 4 Uhr mittags oder so. Äh, ne, ne. Müsste noch später sein. Ich bin ja so um 4 Uhr angekommen. 5 Uhr. 5 Uhr hat's mal. Dann wird so 6. oder 8. sein. Äh, bei uns. So, dann gehe ich speichern und dann... Ich warte, du hast den Kuchen. Mal gucken. Probieren wir Kuchen. ... ... ... ... ... ...